ist er süß oh gott ist das Viehfett sobald sie groß sind kannst du direkt schlachten bringt aber mehr Fleisch ein wenn du sie vorm Schlag fütterst ok ja gut mach ich dann ist mach ich als effektiver dann alles klar danke video kalter drei stunden 33 und 37 50 kann ich noch gießen hier nie aber was ich mir aufgefallen ist er steht jetzt hier zwei stunden 50 richtig gießt ist trotzdem nicht weniger doch zwei stunden 42 lol hä das war gestern aber nicht so 2,59 und jetzt gieße ich das und 2,24 nee schon hier mich selbst verarschen grad ohne scheiß und man kann denen kein so gen manipuliertes futter geben damit die schneller wachsen oder so ne gibt es nicht oder die nun manipulierte küken gibt es hier nicht wa aha aber viele anscheinend ok gute man hat mir gesagt man kann sehen wann das abläuft in der steuern und so bei anderen zum beispiel ob die steuern gezahlt wurden oder nicht auch hier besitzer krumm gräste steuereintreiber höhere genutzungsrecht berechtigung gilde dekostände gegenstände 0 gebietsteuer 0% geschützt bis zum 27.9 betrachten ok was bei mir will auch info von mir selbst mein name blablabla gebietsteuer 0 fälliger beitrag 5 bis zum vierten zehnten schon bezahlt ok ich suche halt irgendeinen spot für mein haus damit ich auch ein bisschen im stream das mit dem haus bauen zeig oder mit der großen vogelscheuche damit ich ich muss den osten das abgeben ich möchte schon mehr zeigen und viel zeigen aber es ist alles sehr sehr zeitintensiv ok da muss ich auf die quest warten hier muss ich auch das ist da unten dann passt es ja ne falsche taste was war ich hingetan hier habe ich hingetan gott ich hätte doch doppelt klicken können es ist schon nett hat schon gewissen charme muss man muss das spiel aber gemütlich spielen so von einem zum anderen ort muss reisen muss dies ich möchte halt arena und hier wie die ich habe halt mein schattenspiel nicht von anfang an gelevelt und das heißt ich muss das nachleben dass dort ewig geduldig sein gegner gehen schon noch bei häuser flöten wegen den steuern der kriegst du schon ein haus ja sicher klar nur ich ja hier stream und so ist dann schon oft langweilig wenn ich da gucke warte rum farme ich bin endlich eingeloggt ja dann kann ich ausloggen du kannst das leder ja klar sicher könnte ich machen aber so lerne ich sie nicht habe bis jetzt einige sachen einmal gekauft möchte doch die grundsachen auch kennenlernen und langsam gibt man dann die kohle aus nur noch 104 mathe politur herstellen habe ich hier hergestellt für alchemie mathe politur musste ich ja eh machen alchemie mathe politur hatte hier eine jahr passt hatte ich eh gemacht du kannst ja schon mal das das haus hinfahren wenn du nicht hast ist ja doch einiges ja kann ich machen ich habe schon mal angefangen mal so komische bäume hinzustellen also einmal habe ich jetzt bäume gepflanzt und habe sie abgehebt hat sie und bei euch bestimmt viel holz und viel stein und sowas gell zack von guter qualität kannst du diese materialien zur fertigung von platten rüstungen benutzen ja weiß ich das habe ich so gemacht mein freund deswegen habe ich so gemacht hier haben die hier auch so einen platten schmied dass ich weiter updaten kann was für ein haus würdest du denn holen ach so ich habe schon die vorlage hier ich habe die ich habe die mir am samstag geholt die vorlage wo ist sie denn also ich habe schon hier da so ein kleines halt ist das klein oder das habe ich mir am samstag geholt als noch headstart da war und bin da rumgeritt und habe ja gesucht spots ich habe eine stunde gesucht und dann bin ich aus vom server geflogen und dann hätte ich fünf stunden warten müssen und bin dann ab dann das drin war beendet mehr oder weniger hat dann noch so mit gequatscht mit euch aber fünf stunden warteschlange wäre blödsinn gewesen für stream weder haben wir destiny gespielt genau und haben währenddessen gewartet ein chemie tisch zimmer tisch ich brauch so eine ist hier auch so ein schmied fuß jeder webstuhl infrastruktur ich brauche so eine rüstung scheiß da platten rüstung da da muss doch sowas sein hier kranke hände scheiße woher hast du das haus her ach so aus mirage auf der insel da kann man diese gegen diese gegen gilda sterne kann man die die pläne eintauschen so genau noch mal kurz schauen ich habe hier muss man das ganze hier weg drücken bin ich bin hier gern sagt sagt es muss direkt hier vor mir sein da hier müsste das sein weg da hier ist es leder rüstung ok da bestimmt alle oder platten rüstung ok wunderbar ich glaube ich kann noch was upgraden von meinen ganzen platten dingen weil ich jetzt diese matten teile habe das könnte ich machen habe ich aber jetzt deswegen muss ich hier irgendwo weiter wo bin ich stehen geblieben ach scheiße würde habe ich die habe ich da nicht hatte ah ich brauche dieses scheiß salz wieder blau salz keil jupp mache ich so hole ich mir krämer glaube ich ist das blau salz keil ist eine krämer jetzt hier ist das eine krämer händler krämer das hier ist es da irgendwo krämer hier blau salz keil erwerben alles klar habe ich da kriegst auch baupläne für andere gleiter herr blue und pferde und eigentlich 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 ist toll gott sei dank sterbe ich nicht doof naja so wie schlecht war ist ja nicht schlecht hier hier habe ich aufgehört doch keil brauche ich für die rüstung ach du meinst das messer später für das getreide aber ich habe jetzt hier für die matz gemeint hier für die rüstung so passt jetzt habe ich schon mal mein ding höher so ich muss es auf 50 skill mit bergbaufertigkeit plus 100 das heißt bergbaufertigkeit plus 100 das heißt dass du aber nicht 100 prozent mehr erze kriegst wenn du farmst oder kann man ein bestimmtes erz schon früher abbauen das ist eine doofe quest reihe das ist eine doofe quest reihe das ist eine doofe quest reihe genau da habe ich ja geschaut was kosten ich meine ich habe ja gestern gefahren 700 erz es geht ja es geht ja aber es ist trotzdem langweilig was kosten denn so erzteile überhaupt das müsste doch der auktionator sein oder nicht hier das zeichen beim portal oder nicht also die den esel bekommst du eine handelsquest macht oder mehrere seine questreihe wieso kostet 1000 eisen erst bloß zwölf gold ist einmal gekauft ich habe gestern zwei stunden gefahren für den scheiß lol ich finde diese karten zeit auf der karte finde ich sehr 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 komisch jetzt sagt man nicht es gibt hier kein briefkasten da ist über dem zeichen drüber hier über dem lassen das lagerhausverwalter klar gibt es immer neben dem lagerhausverwalter und immer weg den sack ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020